So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und bei mir ist jetzt gerade Sonntagabend, ich möchte euch aber schon ein Video für Montag vorbereiten und zwar, es ist ein bisschen her, da gab es die letzten Gewinnspiele, wir haben ja schon öfters Gewinnspiele gemacht, wir haben kontinentale Pokémon verlost, wir haben Shiny Pokémon verlost, ich habe ja gesagt, wenn ich noch ein Shiny Zickzacks bekomme, werde ich das auch noch verlosen. Jetzt habe ich Montag nochmal die Möglichkeit, mit 18 Raidpassen einen Zickzacks zu bekommen, ich weiß nicht, ob es klappt, ich möchte trotzdem jetzt schon mal das vorbereiten und falls ich wirklich ein Shiny Zickzacks morgen noch bekomme, also am Montag, im Laufe des Tages, werde ich das natürlich verlosen. Aber halt nicht am Montag, das mache ich dann, wenn ich zurückkomme, weil ich ja ab Dienstag, Mittwoch dann unterwegs bin die ganze Woche, muss jetzt Videos vorbereiten und ich habe noch ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Das wartet auch die ganze Zeit schon darauf, rausgehauen zu werden, denn es gibt wieder mal einen Account und der ist auch wieder auf Level 40 und das ganz Besondere bei diesem Account ist wieder mal, er hat kein Team. Das hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite könnte man sagen, es hat einen Vorteil, weil ihr habt noch die komplette Freiheit bei der Auswahl, ihr seid nicht an eine Farbe gebunden, ihr könnt selber noch komplett wählen, wollt ihr einen roten, wollt ihr einen blauen, wollt ihr einen gelben? Viele sagen ja, oh ich bin gelb und ah, wäre cool, wenn ich einen blauen Account noch hätte, dann kann ich mich immer selbst aus der Arena rauswerfen und den anderen reinsetzen, den nächsten Tag werfe ich den raus, setze den rein, so hätte ich zwei Accounts und könnte immer mit den Münzen mich absprechen und könnte mir bei beiden immer die Münzen holen. Nachteil, der größte Nachteil daran ist aber, wenn der kein Team hat, kann er auch keine Raids machen. Bis jetzt. Das heißt, sobald ihr den habt und ein Team wählt, könnt ihr auch Raids machen. Ab Level 5, sobald man auf eine Arena zugreift, muss man ein Team wählen, um überhaupt einen Arena-Stop drehen zu können und um Raids machen zu können. Das heißt, ihr werdet auf diesem Account keine legendären Pokémon finden. Das schreckt jetzt bestimmt schon mal viele ab und viele sagen, was, so ein Mist, ah, keine Ahnung. Trotzdem ist es ein Level 40er Account und ihr könnt mit diesen Pokestops einreichen. Das ist sowieso für viele wichtig, die nichts haben bei sich im Dorf, die sagen, was, ich hätte gerne einen, dann kann ich Pokestops einreichen. Dann habt ihr trotzdem einen Account, den ihr als zweiter Account mitnutzen könnt, als Raid-Unterstützung. Ihr habt einen Account, wo ihr freie Team-Auswahl habt. Ihr könnt wählen, was ihr möchtet, je nachdem, was ihr seid, als Unterstützung für euch selbst, um beide in die gleiche Arena zu setzen oder als gegnerischen Account, um euren aus der Arena rauszuwerfen. Was er nicht hat dafür, äh, was er nicht an, äh, was er nicht an Legendären hat, hat er dafür aber an Shinies, sagen wir mal. Ich möchte euch jetzt aber kurz ein paar Pokémon zeigen, die hier drauf sind. Wir haben zum Beispiel hier ein paar Krypto-Pokémon, die können wir mal zeigen. Krypto steht hier 32, ich gehe mal sortiert nach Nummer. Ihr habt hier also ein paar Nido, Ransen, Wulpix, Zubatz, Goldbatz, sonst was. Da ist Macholo dabei, Macholo natürlich als Krypto, sehr cooles Pokémon. Ihr habt Aero-Kack-Sprülz drauf, Quiekel. Ähm, ihr habt ein Shiny-Krypto-Kanivania und ein Shiny-Krypto-Tanel natürlich, die also etwas seltener Krypto-Shinies, gern gesehen. Äh, Krypto-Tanel gibt's ja momentan nicht mehr, die Bosse haben ja wieder gewechselt. Hier auch das Krypto-Kanivania, äh, relativ cool, muss ich sagen. Äh, hat auch nicht jeder. Dann möchte ich euch ganz kurz, auch wenn ihr kein Team habt und nicht bewerten könnt, könnt ihr trotzdem ja wissen, ob ihr hundertprozentige Pokémon habt. Ich sag das ja auch immer in der Spotlight-Stunde, gebt einfach mal 4 und Sternchen ein. Dann zeigt euch das alle hundertprozentigen Pokémon an. Die Leute wissen das immer nicht in der Spotlight-Stunde, die kommen immer an und fragen, was ist denn der Hunderter-Wert? Und ich sag, bevor ihr jetzt 35 verschiedene Werte nehmt und vergleicht mit einer Tabelle, was ein Hunderter sein könnte, Fangt doch einfach alles und nach der Spotlight-Stunde geht ihr auf 4 Sternchen. Und dann seht ihr, ob ein Hunderter dabei ist oder nicht. Das hat jetzt hier Hunderter Pummeluft, Quapsel, Dragosso, Smogon, Dratini ist ein Hunderter drauf. Ihr habt hier Drassler als Hunderter, Shellast, also Stardom mit dabei, Waumball, Caradonis, Toxibet, Flauschling, Plussle. Es sind nicht so viele, aber es sind trotzdem ein paar Highlights halt Drassler und Quapsel. Ach, Drassler und Dratini könnte man sagen. Was halt viele interessiert oder was die Leute am meisten interessiert, sind natürlich die Shinies allgemein. Viele nutzen so einen Account ja auch zum Stop einreichen und Shiny traden. Wenn die auf dem großen Account einige Shinies nicht haben, nehmen die gerne mal so einen Account zum Ausschlachten, können ja aber trotzdem dann ein Team wählen und dann Raids mitmachen und als Unterstützung und für Pugecoins. Also es gibt vielseitige Anwendungen dafür. Hier habt ihr zum Beispiel ein Habitat-Shiny drauf. Pikachu, Nidoran, männlich und weiblich. Eine ganze Pummeluft-Armee. Blutzug, Magnetilo, Magnetilo, immer noch eines der schönsten Shinies, wie ich finde. Traumado habt ihr da, Volto, Ball habt ihr ein paar, Schandere auch da. Einen ganzen Sack voll Dratinis, Endivie, Feu-Riegel, Merrill. Man kann es nicht mehr sehen, geht weg mit Merrill. Dummiesel, Snubbull, Shiny Farb-Igel. Nicht jeder hat einen Shiny Farb-Igel bekommen. Shiny Farb-Igel, trotzdem auch eines der selteneren Pokémon, der selteneren Shinies mit. War ja nur im Farb-Igel-Event, im Snapshot-Event da. Jetzt nicht mehr, deswegen würde bestimmt einigen was wert sein, würden das gerne haben. Drassel habt ihr hier noch ein paar dabei. Kind-Wurm, Schubitz-Boing. Man muss nicht alle vorlesen. Das Gobble hier unten, Shamjan. Shamjan sieht auch immer wunderschön aus, will ich sagen. Das ist also ein ganzer Batzen Shinies, die hier drauf sind. Was interessiert euch hiervon, von den Shinies? Welches Shiny hiervon braucht ihr unbedingt? Oder was wäre es euch wert, den Account zu gewinnen? Wegen welchem Shiny? Was ihr euch vielleicht rübertauschen wollt? Und ansonsten sage ich euch natürlich noch, was ihr machen müsst, um den Account zu gewinnen. Ihr seht also, der ist grün. Der hat kein Team. Ihr habt freie Teamwahl. Er heißt Ramon und Adi. Den Account hat der Hannes mal gemacht. Zur Unterstützung, dass ich auch meine Medaille vollkriege bei Trainerhoffnungen. Nee, nicht Trainerhoffnung. Bei Dings mit dem Empfehlungszeug auf jeden Fall. War zur Unterstützung. Er wurde dann auch unterstützt, dass der Account die 40 erreicht. Jetzt ist er auf 40. Und jetzt wollten wir den rausballern. Der liegt aber jetzt schon ein paar Wochen wieder bei mir auf dem Handy. Aber jetzt habe ich gedacht, für Montag haue ich ein Gewinnspiel raus, weil ich Dienstag keins machen kann. Aber ich dann sowieso in der Woche weg bin. Und so lange habt ihr Zeit mitzumachen. Guckt es euch nochmal genau an. Ramon und Adi heißt der Account. Und ja, Buddy ist klibunge. Buddy ist an sich jetzt eigentlich nicht so interessant. Was müsst ihr machen, um mitzumachen? Normalerweise kamen die Gewinnspiele immer am Dienstag. Jetzt haben wir das so gemacht, dass wir das am Montag machen. Aber wann es aufgelöst wird, bleibt gleich. Die Auflösung gibt es Montagabend. Bei Chill mit Ramses im Livestream. Der Livestream fängt immer 20 Uhr an. Geht 3 Stunden bis 23 Uhr. Die Auslosung für den Account, die Ziehung, wer den gewonnen hat, ist um 21 Uhr. Und ich weiß jetzt schon, die Leute schreiben irgendwas um das Video und fragen in jedem Stream danach immer, wann verlost du eigentlich den Account? Wann ist die Auslosung? Also merkt euch das. Montag, 20 Uhr. Chill mit Ramses. Ist eigentlich jeden Montag. Es muss schon was Heftiges passieren, dass das mal ausfällt. Zum Beispiel, dass ich in München bin, aber das ist erst in zwei Wochen. Heute, wenn das Video online kommt, ist Montag. Ich werde jetzt nicht das Video jetzt raushauen und heute Abend verlosen. Das heißt, ich hau das jetzt raus und nächste Woche Montag bei Chill mit Ramses ist dann die Verlosung. Ja, das wäre jetzt sonst zu knapp. Deswegen habe ich das ja sonst immer am Dienstag gemacht, dass ihr sozusagen eine Woche Zeit habt mitzumachen und am Montag verlost wird. Heute ist zwar Montag dann, aber trotzdem, ich sehe es vielleicht 23 Uhr, Montag, nächste Woche, Chill mit Ramses, Livestream. 20 bis 23 Uhr und 21 Uhr ist die Verlosung. Ich brauche wieder einen Kommentar von euch. Und zwar müsst ihr reinschreiben. Warte mal, wir machen mal kurz noch. Wir machen mal das Smetbo hier drauf, solange. Ihr gebt einen Kommentar ab unter dieses Video, um mitzumachen. Bis Montag 21 Uhr habt ihr Zeit dafür, einen Kommentar zu schreiben, in dem ihr folgende Angaben macht. Erstens, ihr schreibt euren Trainernamen. Zweitens, ihr schreibt euren Trainer-Code. Das ist wichtig, um zuzuordnen, wer ihr seid und dass ihr wirklich ihr seid. Drittens, ihr schreibt eine Begründung, warum ihr den Account gewinnen wollt, beziehungsweise was ihr mit dem Account vorhabt. Welches Team würdet ihr wählen? Würdet ihr überhaupt ein Team wählen? Würdet ihr Stops damit einreichen oder für die Münzen, um euren eigenen rauszuhauen? Oder als Raid-Unterstützung? Oder wollt ihr Shinies ausschlachten? Also den Account ausschlachten, Shinies runterziehen? Das sind die drei wichtigsten Sachen. Euer Trainername. Euer Trainer-Code. Ein Infotext, beziehungsweise Begründung, was ihr mit dem Account machen wollt. Und als letztes, als viertes, den Hashtag für dieses Video. Und den Hashtag habe ich sonst immer eingeblendet und euch gezeigt. Manchmal habe ich den auch genannt. Und diesmal sage ich nur, schreibt den richtigen Hashtag und das Video, den richtigen Hashtag, findet ihr am Buddy. Der Buddy von diesem Account trägt den Hashtag. Also alle, die aufmerksam jetzt geguckt haben im Video, haben den Namen von dem Buddy gesehen. Und der Name von dem Buddy ist der Hashtag für dieses Video. Und das ist die Nummer 4. Und das ist alles. Trainername, Trainer-Code, Infotext und der richtige Hashtag. Ihr werdet eh irgendwelche Kommentare sehen, wo Leute den Hashtag reinschreiben. Wenn ihr Glück habt und kopiert ihn einfach, habt ihr vielleicht Glück und er ist richtig. Oder ihr seid... Naja, habt Pech, denn ihr kopiert einfach irgendwas, was ein anderer falsch schreibt und denkt dann, ihr seid richtig. Merkt aber nicht, dass der es falsch hat und ihr das Falsche von dem anderen auch falsch kopiert habt. Glaubt nicht alles, was drunter steht. Manche vergessen den Trainernamen, manche vergessen den Trainer-Code, manche schreiben keinen Infotext, manche vergessen den Hashtag. Also erfüllt diese 4 Punkte und dann 21 Uhr am Montag nächste Woche ist die Auslosung für diesen Account, die Ausgabe. Ihr müsst nicht mitmachen, wenn ihr keinen Bock habt. Vielleicht sagt ihr, äh, brauche ich nicht. Eigentlich schwachsinnig, aber trotzdem. Team ist noch frei wählbar. Shinies sind ein paar drauf, ein paar Hunder da. Und wir haben noch einen, der hat auch ein Team, der hat auch Legendäre. Den möchte ich jetzt aber noch ein bisschen spielen die nächsten Tage und dann später mal raushauen, wenn der vielleicht jetzt von den Regis noch ein paar Shinies bekommt. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert für euch, aber ich vertraue euch da, sobald es der erste richtig hat, haben es plötzlich alle richtig. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.